ICD 10 Bereich F9 F90 bis F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend Wenn wir zunächst mal mit F90 anfangen, dann haben wir F90, hyperkinetische Störungen. Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer mit Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende führen zu können. Hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität. Verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktionen ist häufig. Spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung kommen überproportional oft vor. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl. F90.0 Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen Inklusive Aufmerksamkeitsdefizit bei hyperaktivem Syndrom oder Aufmerksamkeitsdefizit bei Hyperaktivitätsstörung und Hyperaktivität F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens F90.8 Sonstige hyperkinetische Störungen F91 Störungen des Sozialverhaltens Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und anhaltendes Muster des sozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert. Dieses Verhalten übersteigt mit seinen gröberen Verletzungen die altersentsprechenden sozialen Erwartungen. Es ist also schwerwiegender als gewöhnlicher kindischer Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Das anhaltende Verhaltensmuster muss mindestens sechs Monate oder länger bestanden haben. Störungen des Sozialverhaltens können auch bei anderen psychiatrischen Krankheiten auftreten. In diesen Fällen ist die zugrunde liegende Diagnose zu verwenden. Beispiele für Verhaltensweisen, welche diese Diagnose begründen, umfassen ein extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum, Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schulschwänzen oder Weglaufen von zu Hause, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam. Jedes dieser Beispiele ist bei erheblicher Ausprägung ausreichend für die Diagnose, nicht aber nur isolierte, dissoziale Handlungen. F91.0 Auf den familiären Rahmen beschränkte Störungen des Sozialverhaltens. Diese Verhaltensstörung umfasst dissoziales oder aggressives Verhalten und nicht nur oppositionelles, aufsässiges oder trotziges Verhalten, das vollständig oder fast völlig auf den häuslichen Rahmen oder auf Interaktion mit Mitgliedern der Kernfamilie oder der unmittelbaren Lebensgemeinschaft beschränkt ist. Für die Störung müssen die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt sein. Schwer gestörte Eltern-Kind-Beziehungen sind für die Diagnose allein nicht ausreichend. F91.1 Störungen des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen Diese Störung ist charakterisiert durch die Kombination von andauerndem, dissozialen oder aggressiven Verhalten, das die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt und nicht nur oppositionelles, aufsässiges und trotziges Verhalten umfasst, mit deutlichen und tiefgreifenden Abweichungen der Beziehung des Betroffenen zu anderen Kindern. F91.2 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen Diese Störung beinhaltet andauerndes, dissoziales oder aggressives Verhalten, dass die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt und nicht nur oppositionelles, aufsässiges und trotziges Verhalten umfasst und bei Kindern auftritt, die allgemein gut in ihrer Altersgruppe eingebunden sind. F91.3 Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigen Verhalten Diese Verhaltensstörung tritt gewöhnlich bei jüngeren Kindern auf und ist in erster Linie durch deutlich aufsässiges, ungehorsames Verhalten charakterisiert, ohne delinquente Handlungen oder schwere Formen aggressiver oder dissozialen Verhaltens. Für diese Störung müssen die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt sein. Deutlich übermütiges oder ungezogenes Verhalten allein reicht nicht, reicht für die Diagnosestellung nicht aus. Vorsicht beim Stellen dieser Diagnose ist vor allem bei älteren Kindern geboten, bei denen klinisch bedeutsame Störungen des Sozialverhaltens meist mit dissozialem oder aggressiven Verhalten einhergehen, das über Aufsässigkeit, Ungehorsam oder Trotz hinausgeht. F91.8 Sonstige Störungen des Sozialverhaltens F92 Kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen Diese Gruppe von Störungen ist durch die Kombination von anhaltendem, aggressiven, dissozialen oder aufsässigen Verhalten charakterisiert, mit offensichtlichen und eindeutigen Symptomen von Depression, Angst oder anderen emotionalen Störungen. Sowohl die Kriterien für Störungen des Sozialverhaltens im Kindesalter, also F91, als auch für emotionale Störungen des Kindesalters, F93, beziehungsweise für eine erwachsenentypische neurotische Störung nach F40 bis 49 oder eine affektive Störung nach F30 bis 39, müssen erfüllt sein. F92.0 Störungen des Sozialverhaltens mit depressiver Störung Diese Kategorie verlangt die Kombination einer Störung des Sozialverhaltens wie in F91 mit andauernd und deutlich depressiver Verstimmung wie in F32, die sich im auffälligem Leiden, Interessenverlust, mangelndem Vergnügen an alltäglichen Aktivitäten, Schuld erleben und Hoffnungslosigkeit zeigt. Schlafstörungen und Appetitlosigkeit können gleichfalls vorhanden sein. F92.8 Sonstige kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen Diese Kategorie verlangt die Kombination einer Störung des Sozialverhaltens mit andauernden und deutlichen emotionalen Symptomen wie Angst, Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, die Personalisation oder die Realisation, Phobien oder Hypochondrie. F92.9 Kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen nicht näher bezeichnet. F93 Emotionale Störungen des Kindesalters Diese stellen in erster Linie Verstärkungen normaler Entwicklungstrends dar und weniger eigenständige, qualitativ abnorme Phänomene. Die Entwicklungsbezogenheit ist das diagnostische Schlüsselmerkmal für die Unterscheidung der emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit. F93 Von den neurotischen Störungen F40 bis 48 F93.0 Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters Eine Störung mit Trennungsangst soll nur dann diagnostiziert werden, wenn die Furcht vor Trennung den Kern der Angst darstellt und wenn eine solche Angst erstmals während der frühen Kindheit auftrat. Sie unterscheidet sich von normaler Trennungsangst durch eine unübliche Ausprägung, eine abnorme Dauer über die typische Altersstufe hinaus und durch deutliche Probleme in sozialen Funktionen. F93.1 Phobische Störung des Kindesalters Es handelt sich um Befürchtungen in der Kindheit, die eine deutliche Spezifität für die entsprechenden Entwicklungsphasen aufweisen und in einem gewissen Ausmaß bei der Mehrzahl der Kinder auftreten. Hier aber in einer besonderen Ausprägung. Andere in der Kindheit auftretende Befürchtungen, die nicht normaler Bestandteil der psychosozialen Entwicklung sind, wie zum Beispiel die Agoraphobie, sind unter der entsprechenden Kategorien Abschnitt 40 bis F48 zu klassifizieren. F93.2 Störungen mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters Bei dieser Störung besteht ein Misstrauen gegenüber Fremden und soziale Besorgnis oder Angst in neuen, fremden oder sozial bedrohlichen Situationen. Diese Kategorie sollte nur verwendet werden, wenn solche Ängste in der frühen Kindheit auftreten und sie ungewöhnlich stark ausgeprägt sind und zu deutlichen Problemen in der sozialen Funktionsfähigkeit führen. F93.3 Emotionale Störungen mit Geschwisterrivalität Die Mehrzahl junger Kinder zeigt gewöhnlich ein gewisses Ausmaß emotionaler Störungen nach der Geburt eines unmittelbar nachfolgenden jüngeren Geschwisters. Eine emotionale Störungen mit Geschwisterrivalität soll nur dann diagnostiziert werden, wenn sowohl das Ausmaß als auch die Dauer der Störung übermäßig ausgeprägt sind und mit Störungen der sozialen Interaktionen einhergeben. F93.8 Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters F94.4 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend Es handelt sich um eine etwas heterogene Gruppe von Störungen mit Abweichung in der sozialen Funktionsfähigkeit und Beginn in der Entwicklungszeit. Anders als die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sind sie jedoch nicht primär durch eine offensichtliche konstitutionelle soziale Beeinträchtigung oder Defizite in allen Bereichen sozialer Funktionen charakterisiert. In vielen Fällen spielen schwerwiegende Milieuschäden oder Deprivationen eine vermutlich entscheidende Rolle in der Äthiologie. F94.0 Elektiver Mutismus Dieser ist durch eine deutliche emotional bedingte Selektivität des Sprechens charakterisiert, sodass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen definierbaren Situationen jedoch nicht. Diese Störung ist üblicherweise mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen wie Sozialangst, Rückzug, Empfindsamkeit oder Widerstand verbunden. F94.1 Reaktive Bindungsstörungen des Kindesalters Diese tritt in den ersten fünf Lebensjahren auf, wenn es durch anhaltende Auffälligkeiten im sozialen Beziehungsmuster des Kindes charakterisiert. Diese sind von einer emotionalen Störung begleitet und reagieren auf Wechsel in den Milieoverhältnissen. Die Symptome bestehen aus Furchtsamkeit und Übervorsichtigkeit, eingeschränkten sozialen Interaktionen mit Gleichaltrigen, gegen sich selbst oder andere gerichtete Aggressionen, unglücklich sein und in einigen Fällen Wachstumsverzögerung. Das Syndrom tritt wahrscheinlich als direkte Folge schwerer elterlicher Vernachlässigung, Missbrauch oder schwerer Misshandlung auf. Soll eine begleitende Gedeih- oder Wachstumsstörung angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen. F94.2 Bindungsstörungen des Kindesalters mit Enthemmung Ein spezifisches abnormes soziales Funktionsmuster, das während der ersten fünf Lebensjahre auftritt, mit einer Tendenz, trotz deutlicher Änderungen in den Milieubedingungen zu persistieren. Dieses kann zum Beispiel in diffusen, nicht-selektiven Bindungsverhalten bestehen, in Aufmerksamkeitssuchendem und wahllos freundlichem Verhalten und kaum modulierten Interaktionen mit Gleichaltrigen. Je nach Umständen kommen auch emotionale und Verhaltensstörungen vor. F94.8 Sonstige Störungen sozialer Funktion mit Beginn in der Kindheit F95.2 Tickstörungen Symptome, bei denen das vorwiegende Symptom ein Tick ist. Ein Tick ist eine unwillkürliche, rasche, wiederholte, nicht-rhythmische Bewegung, meist umschriebene Muskelgruppen oder eine Lautproduktion, die plötzlich einsetzt und keinem erkennbaren Zweck dient. Normalerweise werden Ticks als nicht willkürlich beeinflussbar erlebt. Sie können jedoch meist für unterschiedlich lange Zeiträume unterdrückt werden. Belastungen können sie verstärken, während des Schlafens verschwinden sie. Häufige, einfache motorische Ticks sind Blinzeln, Kopfwerfen, Schulterzucken und Grimassieren. Häufige, einfache vokale Ticks sind z.B. Reuspern, Bellen, Schnüffeln und Zischen. Komplexe Ticks sind sich selbst Schlagen sowie Springen und Hüpfen. Komplexe vokale Ticks sind die Wiederholung bestimmter Wörter und manchmal der Gebrauch sozial unangebrachter, oft obszöner Wörter, sogenannte Koprolalie, und die Wiederholung eigener Laute oder Wörter. Palli-Lali F95 vorübergehende Tickstörung F95.1 chronische, motorische oder vokale Tickstörung F95.2 kombinierte, vokale und multiple motorische Ticks Tourette-Syndrom Eine Form der Tickstörung, bei der gegenwärtig oder in der Vergangenheit multiple motorische Ticks und ein oder mehrere vokale Ticks vorgekommen sind, die aber nicht notwendigerweise gleichzeitig auftreten müssen. Die Störung verschlechtert sich meist während der Adoleszenz und neigt dazu, bis in das Erwachsenenalter anzuhalten. Die vokalen Ticks sind häufig nur multiple, mit explosiven, repetitiven Vokalisationen, Häuspern und Grunzen und Gebrauch von obszönen Wörtern oder Phrasen. Manchmal besteht eine begleitende, gestische Echopraxie, die ebenfalls obszöner Natur sein kann. F95.8 Sonstige Tickstörungen F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend Dieser heterogenen Gruppe von Störungen ist der Beginn in der Kindheit gemeinsam, sonst unterscheiden sie sich jedoch in vieler Hinsicht. Einige der Störungen repräsentieren gut definierte Syndrome, andere sind jedoch nicht mehr als Symptomkomplexe, die hier aber wegen ihrer Häufigkeit und ihrer sozialen Folgen und weil sie anderen Syndromen nicht zugeordnet werden können, aufgeführt werden. F98.0 Diese Störung ist charakterisiert durch unwillkürlichen Harnabgang am Tag und in der Nacht, untypisch für das Entwicklungsalter. Sie ist nicht Folge einer mangelnden Blasenkontrolle aufgrund einer neurologischen Krankheit, epileptische Anfälle oder einer strukturellen Anomalie der ableitenden Harnwege. Die Enoresis kann von Geburt an bestehen oder nach einer Periode bereits erworbener Blasenkontrolle aufgetreten sein. Die Enoresis kann von einer schweren emotionalen oder Verhaltensstörung begleitet sein. Inklusive funktionelle Enoresis F98.1 Nicht-organische Enkopresis Wiederholtes willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Phaezis, normaler oder fast normaler Konsistenz an Stellen, die im soziokulturellen Umfeld des Betroffenen nicht dafür vorgesehen sind. Die Störung kann eine abnorme Verlängerung der normalen infantilen Inkontinenz darstellen oder einen Kontinenzverlust nach bereits vorhandener Darmkontrolle oder es kann sich um ein absichtliches Absetzen von Stuhl an dafür nicht vorgesehenen Stellen trotz normaler physiologischer Darmkontrolle handeln. Das Zustandsbild kann als monosymptomatische Störungen auftreten oder als Teil einer umfassenderen Störung, besonders einer emotionalen Störung wie unter F93 oder einer Störung des Sozialverhaltens wie unter F91. F98.2 Fütterstörung im frühen Kindesalter Eine Fütterstörung mit unterschiedlicher Symptomatik, die gewöhnlich für das Kleinkindalter und frühe Kindesalter spezifisch ist. Im Allgemeinen umfasst die Nahrungsverweigerung extrem wählerisches Essverhalten bei angemessenem Nahrungsangebot und einer einigermaßen kompetenten Betreuungsperson in Abwesenheit einer organischen Krankheit. Begleitend kann Rumination, das heißt wiederholtes Heraufwürgen von Nahrung ohne Übelkeit oder eine gastrointestinale Krankheit vorhanden sein. F98.3 PK im Kindesalter Anhaltender Verzehr nicht essbarer Substanzen wie Erde, Farbschnipsel usw. Sie kann als eines von vielen Symptomen einer umfassenderen psychischen Störung wie Autismus auftreten oder sie kann als relativ isolierte psychopathologische Auffälligkeit vorkommen. Nur das Letztere wird hier kodiert. Das Phänomen ist bei Intelligenz geminderten Kindern am häufigsten. Wenn eine solche Intelligenzminderung vorliegt, ist als Hauptdiagnose eine Kodierung unter F70 bis F79 zu verwenden. F98.4 Stereotype Bewegungsstörung Willkürliche, wiederholte Stereotype, nichtfunktionale und oft rhythmische Bewegungen, die nicht Teil einer anderen psychischen oder neurologischen Krankheit sind. Wenn solche Bewegungen als Symptome einer anderen Störung vorkommen, soll nur die übergreifende Störung kodiert werden. Nicht selbstbeschädigende Bewegungen sind zum Beispiel Körperschaukeln, Kopfschaukeln, Haare zupfen, Haare drehen, Fingerschnipsgewohnheiten und Händeklatschen. Stereotype Selbstschädigungen sind zum Beispiel niederholtes Kopfanschlagen, ins Gesicht schlagen, in die Augen bohren und beißen in Hände, Lippen oder andere Körperpartien. Alle Stereotypen Bewegungsstörungen treten am häufigsten in Verbindung mit Intelligenzminderung auf. Wenn dies der Fall ist, sind beide Störungen zu kodieren. Wenn das Bohren in den Augen bei einem Kind mit visueller Behinderung auftritt, soll beides kodiert werden. Das Bohren in den Augen mit F98.4 und die Sehstörungen mit der Kodierung der entsprechenden somatischen Störung. F98.5 Stottern oder Stammeln Hierbei ist das Sprechen durch häufige Wiederholung oder Dehnung von Lauten, Silben oder Wörtern oder durch häufiges Zögern und Inhalten, das den rhythmischen Sprechfluss unterbricht, gekennzeichnet. Es soll laut Störung nur klassifiziert werden, wenn die Sprechflüssigkeit deutlich beeinträchtigt ist. F98.6 Poltern Eine hohe Sprechgeschwindigkeit mit Störungen der Sprechflüssigkeit, jedoch ohne Wiederholungen oder Zögern von einem Schweregrad, der zu einer beeinträchtigten Sprechverständlichkeit führt. Das Sprechen ist unregelmäßig und unrhythmisch, mit schnellen, ruckartigen Anläufen, die gewöhnlich zu einem fehlerhaften Satzmuster führen. F98.8 Sonstige näher bezeichneter Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend Das Sprechschwindigkeit mit Störungen der Sprechschwindigkeit mit Störungen des Sprechschleds. Untertitelung des ZDF, 2020